Musik Also la ilaha illallah ist das schwerste in der Warschaft. Die wahrhaftigste Lehre und die schönsten Worte, die beste Überlieferung, die glorreichste gute Tat. Wenn du dienst, wenn der Diener Allahs diese Worte ausschließt auf Erden, er sagt la ilaha illallah. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, mein Diener hat die Wahrheit gesprochen, es gibt kein Gott außer mir. Ist das la ilaha illallah ist das Versprechen, welches Allah von seinen Geschöpfen erhalten hat. Alles wie ein Feuer, bevor wir erschaffen wurden, wir waren in Form von Atom, Zarrat. Allah steht das schritt im Koran, wir waren anwesend und die Malaika waren anwesend. Allah sagt, alas tu bi rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Alle sagten, die Menschen haben gesagt, Bala, du bist unser Herr. Ja Rabbi, du bist unser Herr. Und die Malaika sagten, und wir haben bezahlt, ja Allah. Wir haben alle zugegeben, die Kuffar haben alle zugegeben, diese Dimension, dass Allah der Einzige ist, dass Allah der Einer ist, Jalla fi'ula. Alle haben zugegeben, aber heute leugnen sie die Wahrheit. Und Allah will sie erinnern, Yawma al-Qiyama an dieser Tag. An diesem Tag, an dem sie zugegeben haben. Aber die Leute leugnen Allah. Es ist das Wort, womit er seinen Propheten zu den Menschen gesandt hat, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah ist die Ausprache der Bücher Allah. Weil der Koran und alle Bücher, der Sinn von diesen allen Büchern, die Allah subhanahu wa ta'ala, er ruft alle Menschen zu Tauhid, zu der Einheit Allah subhanahu wa ta'ala. Dass sie glauben an einen einzigen Gott und das ist Allah. Mehr will Allah von dieser Menschheit nicht. Abdi, glaube an mir, mehr nicht. Und dafür bin ich dankbar Abdi, ich werde dich für die Ewigkeit ins Paradies bringen. Deine erste Zuhause, deine erste Heimat, wo du warst, wo dein Vater Adam alaihi salam war. Wir sind fremde in dieser Dunia. Wir werden gehen. Wir werden sterben. Und wir wollen alles zurück in unsere Heimat. Einer sagt, ich bin zurück nach Tunesien. Einer nach Marokko. Ich vermisse unsere Heimat und keine Ahnung, was ist. Aber subhanahu wa ta'ala, unsere wahre Heimat? Jannah. Und Adam, als er rausgeworfen wurde, hat erkannt, was von Verlust er erlitten hat. Und hat geweint. Viel geweint. Bis Allah subhanahu wa ta'ala, seine Rehe als erkennt. Er sagt, ja Adam, du wirst so lange bleiben in dieser Dunia. Und ich werde euch prüfen, ihr Adam. Und dann, wenn ihr standhaft seid und gute Menschen seid und folgt meiner Befehle, ich werde dich ins Paradies wieder zurückbringen. Adam hat sich daran gehalten. Und so müssen wir auch in diese Gebote halten. Und uns von dem fremhalten, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und das Beste, was wir tun können in diesem Leben, dass wir glauben, dass es keinen Gott gibt aus Allah. Fest daran glauben, es gibt keinen Gott aus Allah subhanahu wa ta'ala. Ihn dienen, ihn fürchen, ihn lieben, bis wir ihn treffen, subhanahu wa ta'ala. Wegen la ilaha illallah finden die Merke des Paradieses und der Hölle statt. Wegen la ilaha illallah wurde die Brücke gesteckt, dieses Sirat. Wegen la ilaha illallah werden die Brücken, werden die Bücher fliegen, manche werden die Bücher mit der Rechte bekommen, manche mit der Linke, a'udhu billah. Die mit der Linke bekommen, werden ins Halle und Feuer gehen. Und die mit dem Rechten bekommen, sie werden ins Paradies gehen und die sind die Erfolgreichen. Wegen la ilaha illallah wurden die Wagen aufgestellt, und die Wagen aufgestellt. Wegen la ilaha illallah flogen die Köpfe der Helden dieser Ummah. Sahaba radiyallahu anhum. Wegen la ilaha illallah genossen sie den Tod. Wegen la ilaha illallah starben die Seelen der Märtyrern. Wegen la ilaha illallah überwiegt die Himmel und Erde. Musa alaihi salam. Sag, ja Rabb, lege mir ein Bittgebet extra für mich. Allah sagt, ja Musa spricht, es gibt kein Gott außer Allah. Sag, la ilaha illallah, ja Musa. Musa sagt, ja Rabbi, viele sagen, la ilaha illallah. Alle sagen das, ich möchte etwas für mich allein, ja Rabbi, privat, damit ich dich damit Lob preisen kann. Allah sagt, ja Musa spricht, la ilaha illallah. Musa wiederholt das dreimal, bis Allah sagt, ja Musa, wenn die sieben Himmeln und sieben Erden und alles, was in dem Himmel sich befindet und alles, was in der Erde ist oder auf dieser Erde ist, auf einer Waqshale wären. Und la ilaha illallah, la ilaha illallah auf einer Waqshale wäre, la ilaha illallah wird sie überwiegen, wird mehr wiegen als diese Himmel und Erden. Warum? Weil alles wurde wie la ilaha illallah erschaffen. Das ist der einzige Grund, warum die Menschheit existiert. Wegen la ilaha illallah wurden die Seelen der Rabbiere als Brautgabe gegeben. Wegen la ilaha illallah, wenn la ilaha illallah in einer Eisenkette wäre, wo da jemand in dieser eigenen Eisenkette gefangen gehalten wird und er spricht dieses Wortes tiefer drin, la ilaha illallah wird diese Kette zerreißen. La ilaha illallah wird sie komplett vernichten. So stark ist la ilaha illallah. So eine andere Überlieferung, wenn die sieben Himmeln und Erden aus Eisen wären, aus Eisen werden, wenn la ilaha illallah steigt hoch, la ilaha illallah wird sie durch zwei zerreißen. La ilaha illallah wird sie durch zwei zerreißen werden. Subhanahu wa ta'ala jalla fi rullah. Wenn la ilaha illallah in einen glatten Stein eindringt, wird dieser gesprengt. Wenn la ilaha illallah auf einen Berg gesandt wird, wird dieser Berg zerrissen. La ilaha illallah ist das Beste, was die Lebendigen sagen. Und das Beste, was die Toten mit sich genommen haben. Denn wir wissen ganz genau, wenn wir geboren sind, was macht man in unseren Ohren? Man macht Adhan, man ruft zum Gebet. Das Erste, was du hörst, den Namen Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und in diesem Adhan hörst du la ilaha illallah, es gibt kein Gott außer Allah. Und am Ende, wenn du stellst, das Letzte, was du sagst, ist la ilaha illallah, wenn du mu'min bist. Und achtet auf diese Frohbücher von Rasulullahi s.a.w. Derjenige, der das Leben verlässt, und das letzte Wort, was er gesagt hat in diesem Leben, es gibt kein Gott außer Allah, la ilaha illallah, er tritt ins Paradies sein. Also das Beste, was du mit dir nimmst von dieser Dunja, nicht Geld, denn das Beste. Nicht deine Frau, denn deine Frau nimmst du auch nicht mit. Nicht deine Kinder, die nimmst du auch nicht mit. Nicht nimmst du mit von dieser Dunja. Aber das Einzige, was dir nutzt, was dir, also wie nennt man das, dir einen Gewinn bringt ja auch an Qiyamah, ist das, wo beim Sterben sagst, la ilaha illallah. Aber dafür muss man was tun. Denn unsere Herzen werden sprechen, die Ibn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn wir am Sterben liegen. Deswegen das Beste, was die Toten mit sich genommen haben ist, la ilaha illallah. Wer diese Worte wahrhaft gespricht, wird gerettet, wird Erfolg haben und Glückseligkeit haben für die Ewigkeit. Faraon, adu Allah, hat diese Worte nicht verstanden. Er leugnete, dass es keinen Gott aus Allah gibt. Aus diesem Grund wurde seine Nase in den Meeresleben gesteckt. Allah hat ihn aneignet, subhanahu wa ta'ala. Qarun, der Cousin von Musa, alaihi salam, leugnete auch die Wahrheit. Und leugnete, dass alles, was er hat von Allah, subhanahu wa ta'ala, deshalb ließ Allah die Erde ihn verschlingen. La ilaha illallah ist der Anfang und das Ende. Ist der Anfang und das Ende. La ilaha illallah ist der Kopf aller Dinge. Ist die Geschichte des Lebens. La ilaha illallah besitzt im gläubigen Herzen Würde. Besitzt im gläubigen Seelen Ehre. Durch la ilaha illallah öffnen sich die Tore zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Wegen la ilaha illallah werden die Sünden vergeben. La ilaha illallah erreicht die Herzen. La ilaha illallah ist die Fürsprache für den Gläubigen. Wir haben vorhin gesehen, wegen la ilaha illallah alle Sünden sind vergeben. Wenn der Diener Allah auf Erden sagt, la ilaha illallah, es gibt kein Gott außer Allah. Diese la ilaha illallah steigt hoch zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Bringt durch sieben Himmels bis sie Allah, arayhi salam, fi'ula. Und sie sagt, ja Rabb, sie ist unruhig. Sie verteidigt es bei Allah, subhanahu wa ta'ala. Ja Allah, vergib diesen Dienern, der diesen Wort ausgesprochen hat. Vergib ihm, ja Rabbi, seine Sünden. Allah sagt zu ihr, Ruhe, sei ruhig, denn ich habe dich aus seinem Mund raus gelassen, nur weil ich ihm schon vergeben habe. Nur weil ich ihm schon seine Sünden vergeben habe. Denn la ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala, spricht für uns mit Allah, jalla fi'ula, bei Allah, jalla fi'ula, jalla fi'ula, subhanahu wa ta'ala. Wegen la ilaha illallah, wurde Yahya alayhi salam ermordet. Wegen la ilaha illallah, wurde Zachariya alayhi salam getötet. Wegen la ilaha illallah, wurde das Feuer für Ibrahim alayhi salam gezündet. Nur weil er bezeihte, dass es keinen Gott gibt, außer Allah, subhanahu wa ta'ala. Wegen la ilaha illallah, wurde Musa bekämpft. Musaylam al-Kathab. Das ist dieser Mann, der hat gesagt, ich bin auch kein Prophet. Musaylam, er dieser Lügner, uudu billah. Er erläutert dieses Wort, deswegen wurde er der Lügner genannt. La ilaha illallah, ist das Dementierende und das bestätigende Wort. La ilaha illallah, dementiert und verneint jedes Gleichnis, jede Art von Teilhaberschaft, Götzen oder Gleichgestellte, bestätigt die göttliche Macht, die Gottheit Allah, subhanahu wa ta'ala, des Schöpfers, die Wahrheit, der Ewiglebende, der in sich Selbstseinde und bestätigt die Anbetung, die Anbetungswürdigkeit Allah, subhanahu wa ta'ala, seine Erhabenheit, seine Einzigartigkeit, subhanahu wa ta'ala, und seine Vollkommenheit, seine Schönheit und seine Majestätigkeit. La ilaha illallah, beseitigt unser Kummer und Sorgen und stellt Allah, subhanahu wa ta'ala, zufrieden und macht den Teufel unzufrieden wie Ibn Allah, subhanahu wa ta'ala. Das wollte ich nur kurz erwähnen, damit wir wissen, was ein Geschenk Allah uns gegeben hat, subhanahu wa ta'ala. Wir haben nie eine Bewerbung geschrieben. Wir haben nie Allah darum gebeten, dass er uns Musliminnen macht. Dass er uns dieses Wort schenkt. Denn Allah schenkt dieses Wort nur die, die er liebt. Und besonders, Allah liebt diejenigen, wir werden sie erkennen, die Menschen, die Allah besonders liebt, sind die, die beim Sterben liegen. Und Allah ermöglicht den La ilaha illallah zu sagen. Das sind die Erfolgreisen, das sind die, die am meisten geliebt werden von Allah, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Allah liebt dich, er schenkt dir La ilaha illallah. Aber Allah sieht, er hat einen bergvollen Geschenk gegeben. Das ist wertvolles in dieser Welt. Aber du, du gehst da nicht komisch um, Allah nimmt es von dir weg. Allah nimmt es dir weg und kann sein, du kriegst es nicht mehr zurück. Und du sterbst alles, kafir. Das ist egal. Es ist egal. Die werden湿ar werden verhoden. Und in derotte ist nicht Tanke, er versteckt. Untertitelung des ZDF, 2020